Die zweite große Hitzewelle in diesem Jahr rollt auf Deutschland zu. Bis zu 40 Grad sind im Westen Deutschlands in den nächsten Tagen möglich und damit herzlich willkommen bei WetterOnline. Bei so einer Hitze hält man es eigentlich nur im oder zumindest am Wasser aus. Ich habe es mir hier schon mal gemütlich gemacht und diese Hundstage, die jetzt Deutschland erfassen, haben es wirklich in sich und so schnell werden wir die Hitze auch nicht wieder los. Ursache für die extreme Hitze bis Freitag ist ein Tief über dem Atlantik. Es schaufelt auf seiner Vorderseite subtropische Luft aus dem Mittelmeerraum Richtung Nordsee. Diese streift auch den Westen Deutschlands. Der Osten ist ein wenig im Glück. Dort fließt am Rande von Hoch Yvonne etwas weniger heiße Luft aus Osteuropa ein. So wird es nicht überall gleich heiß. Von der Ostsee bis nach Bayern bleibt es bei 32 bis 36 Grad zumindest ein bisschen angenehmer als im Westen. Besonders an Rhein und Mose sind am Donnerstag und Freitag neue Hitzerekorde bis 40 Grad möglich. Am Wochenende entwickelt sich ein kräftiges Hitzetief über Mitteleuropa. Die ersehnte Abkühlung und Gewitter bringt es aber wohl nur dem Südwesten. Aber auch dort wird es nicht wirklich angenehmer, denn die Luft wird schwüler. Der Nordosten dagegen verharrt in dieser heißen und trockenen Luft und zwischen diesen beiden Luftmassen wird es wahrscheinlich eine scharfe Grenze geben. Wo diese genau verlaufen wird, das wissen wir jetzt noch nicht. Die neuesten Berechnungen verschieben sie weiter nach Südwesten. Im Nordosten geht dagegen die Hitze ohne Unterbrechung weiter. Und auch im Südwesten kehren Sonne und Hitze nächste Woche wohl wieder rasch zurück. Im Wochenverlauf sollen dann Gewitter aus Westen die ersehnte Abkühlung bringen und die Hundstage endlich beenden. Wetten würde ich darauf allerdings noch nicht. Also kommen sie gut durch die Hitze, egal wie lange sie bleiben mag. Ich bin Dennis Möller von WetterOnline. Ja fein, fein gemacht.